Moin Leute, was geht? Wir spielen wieder Resident Evil 2 Part 2. Perfekt. Resident Evil 2 Part 2. Es geht weiter mit der Story von Leon S. Kennedy. Die Kampagne. Fortsetzend. Wir spielen weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. In diesen Anfragen. Okay. Okay. Bevor dieses Video unten kommt, kommt vielleicht noch zwei andere Videos noch davor. Der Drade noch. Der Drade. Der Drade noch. Der Drade noch. Oh, warte jetzt. Oh, da war ich zum Kot. Das war... ... wenn die Raten... ... Kerb, legen, komm. Oha! Kerb, Gerle. Ekelhaft, oder? Schlecker. Oh, das kann man jetzt schon. Okay. Okay, Tresor. Ich kann euch dabei nicht helfen, weil der Code sich immer ändert. Okay, so, so. Nein. So, so, so. So, nein. Dann war's so. Dann war's so. Dann war's so. Nein! Nein. Okay. Schaft. Löwenmedaille hab' ich schon. Okay. Okay, da wollte ich das. Das ist tot. Da sag' ich euch. Das ist... D... ... 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 wer... ... ... ... ... ... ... da gibt es auch so da will ich die wenn ich nichts was passiert jetzt da bist du ja komm her siehst du das ja wusste sie schafft du kennst sie ja sie ist klar ich kann mit ihren die stadt du gelangst zu dem hof da die stufen hoch Ostseite in Ordnung Danke Lieutenant ok let's go go weiter weiter ok hier hoch hat er gesagt ja ja in dem Wartezimmer da da gleich wo wir reinkommen ist auch noch so ich wetze mir dann ich wetze mir auf ich werde wenn ich nicht finde werde ich es euch sagen den Code das ist auch da so da ist an der Seite noch eine Schiffe hier oh ja ist nett also let's go schon 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 ja dem geht es aber glaube ich nicht also gut das ist ein ich bin gleich da ok Claire, ich bin so froh, dich zu sehen. Wie geht's dir? Der Helikopter kann wie aus dem Nichts. Ja, bin noch in einem Stück. Ich schätze, du hast keinen Schlüssel in einer deiner schicken Taschen? Tut mir leid, nein. Aber wie geht es dir? Weißt du, ich schlag mich durch. Das ist gut. Ja. Neues in Sachen Bruder? Nein, noch nicht. Claire, nicht aufgeben. Ich bin sicher, wir finden ihn. Mist. Du weißt, was das heißt. Ja. Essenszeit. Claire, du solltest gehen. Sag dich nicht um mich, Leon. Kümmer dich um dich selbst. Claire, verschwinde hier. Jetzt. Okay. Lass uns das durchstehen. Warte, ja. Okay. Äh, Marvin. Ich hab hier ein Problem. Ich bin von Zombies umzingelt. Marvin, hören Sie mich. Marvin. Verdammt. Fuck, ich hab was vergessen oben. Das muss ich noch mal hin. Ach, das ist weg. Weiß, weiß. Weiß, weiß. Beat. Du bist 20 und drüht. Was was weiß. Was, das muss ich noch mal hinfassen. Wir gehen. Bitte. Du bist zu. Keoter. Überst. Über all. Du bist ganz prinzipien. Ich sag euch, wie die Leute zu tun müssen. Ich sag euch, es ist so passiert, in Umbrella Corporation ist, dass das alles so anfühlt ist. Die Umbrella Corporation hat ein Virus, das ist der T-Virus. Der sollte eigentlich zu Krankheiten heilen. Nur die Umbrella Corporation hat nicht gewusst, dass der T-Virus nicht gegeben hat. Und alles, was den T-Virus hat. Die Umbrella Corporation hat nicht gewusst, dass der T-Virus nicht gewusst hat. Ich speichere mal. Okay, let's go. Ich wollte was holen. Ich wollte was holen. Ich wollte es nicht auf einmal. Ich wollte es nicht sagen. Ich wollte es nicht auf einmal. Ich wollte es nicht einfach sagen. Es wird loswerden. Ich will ihn kurz sein. Ich will ihn kurz sein. Ich will ihn auch. Du weißt, ich vertraue euch nicht, ich bist auf euch. Ja, ja. Scheiße! Scheiße! Ich habe ein Schild. Ich habe ein. Sicher! Ich habe ein Schild! Ich habe ein Schild. Ich habe ein Schild. Wie süß, Jod. Füßelkarte. Das will ich. Das ist gleich dann von mir. Das ist gleich steckig da rein. Okay. Okay. Warte, warte, warte. Jetzt will ich meine Waffe. Er lebt noch. Okay. Zwei, ich wollte eigentlich halt gar nicht. Ich mach zwei. Eins. Warte. Warte. Jetzt ist es. Warte. Jetzt ist es. Jetzt wird das. Ja. Ja. doch t t t klatschen t weil ich Gott irgendwie nicht verschleckt habe ich hab gedacht da legt noch und jetzt auch hier steht ahem so alter Flo Schwinge ein bisschen Ventil fertig ok was war das? Nein ok 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 Ok. Jetzt weiß ich mehr. Warte. Ok. Schüsse brauche ich dafür. Ok. Darf ich was? Oder noch? Einhorn. Gibt es Polizisten. Einhorn. Fisch. Skorpion. Vase. Fisch. Skorpion. Vase. Zweite Medaille haben wir mal dabei. Ich weiß wo ich das noch benutzen kann. Weiß ich noch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich nehme die. Nein, jetzt ist es viel Platz. Dafür. Muss ich. Ja, ich muss die Pistole weggeben. Das gebe ich weg. Ich weiß nicht. Ich brauche eine bessere Waffe. Ein B5. was machen. Ich weiß nicht. Weiter, 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 weiter. Los, 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 los. Los, 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 los. Los, los, los. doch zu viel hinter mir zu viel habe ich noch die batterie ich höre mal wie es in Flurden lang ist okay Das ist nicht so, dass ich da noch ein paar rauskomme. Ach stimmt. Das ist ein Notfall. Los, 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 los. Ah, das ist schon geil. Na, Platz. Ich will gar nicht mehr den Dinger alle. Okay, ich mach das. Wir haben ja... Okay, Frau, Bogen, Schlange. Frau, Bogen, Schlange. Frau... Schlange... Frau, Bogen, Schlange. Easy, okay? Das ist die letzte. Autsch, das hat weh. Das hat weh. Gut. Nein, ist schon nicht allein. Warte. Geh los. Geh los. Geh los. Mann, das. Okay. Geh los. Geh los. Geh los. Da geht es nach unten. Das ist er. Unser Weg raus. Lieutenant Brenner. Marvin. Zeit zu gehen. Hey, Marvin. Wir müssen sie ins Krankenhaus bringen, sofort. Nein, nein. Ich... rette dich selbst. Geh. Geh. Hören Sie, wir können es immer noch beide rausschaffen. Wenn Sie mir nur... Es ist zu spät. Habs versucht, Leon. Aber ich konnte es nicht stoppen. Das darf sich nicht ausbreiten. Jetzt liegt es an dir. Jetzt geh. Okay. Verstanden. Ich werde tun, was ich kann, Marvin. Okay. Was ich mich gerade frage. Hilft. Ein Spray nicht. Ein so... Kräuter. Wie bei mir. Aber ja. Auch. Egal. Erstmal kurz speichern. Das. ... Ich werde. Anders. Okay. Oh, ich bin auf dem. da es war ja heftig und hier das sagt doch ich weiß nicht mehr ist jetzt letztes jahr ich hab das letzte mal gespielt was ist das denn für eine andere Ohohohoh! Ohohohohoh! Ohohohoh! Du hast das auch gedacht! Ich kann das nicht so gut überhören! Ich kann das nicht so gut überhören! Autsch! Das ist ein starker Klapp auf die Uhr! Scheiße! 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 Nein! Autsch! Nein! Sie laubert natürlich! Ich bin fertig! Ich bin so gut! Entschuldigung! Klapp- Sch! Mach Ja! Wir sind hier zu Hause zu Hause zu Hause Die Auge zu Hause Gute Gute Hier Hi Hallo ja das überlebt okay dann will ich noch raus jemand beobachtet das ist ja ja oh Okay. 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 I'll get the space. I'll get the space. Okay. ok leute das war's für die folge bis dann und tschüss bis dann bei